Musik Ja, liebe Zuschauer, heute haben wir gleich drei Blumensträuße. Und die sollen die Erzieherinnen der Kindertagesstätte Sonnenschein in Plauen bekommen. Und hinter mir die Mamas und auch der Papa stehen schon bereit. Und wir wollen hoffen, dass wir die Erzieherinnen jetzt überraschen können. Und wir schauen jetzt mal, ob die da sind. Hallo, dürfen wir stören? Wir kommen vom Vogtland Regionalfernsehen. Und bei uns gibt es eine Sendung, die heißt Der Blumenstrauß der Woche. Heute habe ich drei Blumensträuße der Woche zu vergeben. Und ich bitte auch alle drei Erzieherinnen jetzt zu mir. Bei uns gibt es im Vogtland Regionalfernsehen die Sendung Der Blumenstrauß der Woche. Und den bekommen Menschen, die ihn verdient haben. Und wir haben Post bekommen von den Mamas und Papas, deren Kinder jetzt in die Schule kommen. Und wir haben gesagt, ihr habt das ganz sehr Tolle verdient. Und deshalb haben wir nicht nur einen Blumenstrauß, sondern gleich drei mitgebracht. Und den gebe ich Ihnen jetzt erst einmal, stellvertretend für die Mamis und Papis, die hier draußen stehen. Und natürlich auch die vielen Kinder, die jetzt garantiert nicht mehr schlafen. Und wir haben natürlich auch noch einen Brief bekommen. Lange haben wir überlegt, wie wir euch für die gute Arbeit mit unseren Kindern danken können. Etwas ganz Besonderes sollte es sein. Dann kam uns die Idee. Der Blumenstrauß der Woche ist angemessen. Die Zeit bei euch war wunderschön. Trotzdem müssen wir nun gehen. Wir wünschen euch für die Zukunft viel Glück, Gesundheit und schöne Stunden im Kindergarten. Danke, sagen die Eltern und Kindern der Schulanfänger 2013 der Kindertagesstätte Sonnenschein. Das war eine Überraschung. Wir kümmern uns auch noch ganz herzlich willkommen bei euch. War eine schöne Zeit mit euch. Aber vielleicht kommen wir ja noch mal in die Schwesterkinder zu. Das war jetzt die Bestellung für die nächste Generation. Das war jetzt die Bestellung für die nächste Generation.